Also gestern war dann doch noch ein akzeptabler Tag, sagen wir mal so, aber ich muss heute noch ein paar Fitnessübungen machen, aber der Tag an sich, also es kann man seit einer Physiotherapeutin noch ansonsten fahren, Mutti und ich einmal zum Kudamm, also einmal zu Apple, weil wir da ein Kabel holen müssen. Dann gehen wir noch für meinen Bruder und seine Frau einen Kinderwagen kaufen. Ihr seht, ich lache gerade. Man kann es nicht so richtig sehen, aber ich lache, ich freue mich richtig für die Zeit. Weil ich muss noch ein bisschen recherchieren, wie ich das mit dem Laufen besser kriege. Und es gibt in der Straße, wo ich früher gelebt habe, gibt es ein Zentrum und die kriegen das wieder hin. Aber die nehmen Leute, wie ich mich nicht auf, da musst du irgendwie einen Schlaganfall oder so gehabt haben oder einen Herzinfarkt oder so. Keine Ahnung. Ich habe gar nicht genau wissen, aber da kann man das dann machen, dass man dann da aufgenommen wird. Und die haben da so Puls und so was und so Räume, wo so Schienen am Decken sind und wo man dann irgendwie laufen wieder kann und so. Und da würde ich ganz gerne mitmachen. Ansonsten liege ich gerade voll im Bett, habe aber die Rüttelplatte, also diese Galileo-Platte schon mal benutzt. Habe heute immer Physiotherapie. Ach ja, es gibt da so Handschuhe, die helfen mir dabei, die Hände wieder aufzudehnen und das wieder zu üben. Und das wäre jetzt in der Anfangszase eigentlich ganz hilfreich. Und die Dünger sind mega hochwertig. Und jetzt habe ich die für recht gestellt und rechts funktioniert ja alles, Tutti. Und ich brauche die aber für links. Jeejee.